Hallo zusammen, ich bin Björn Steiner, ich bin 14 Jahre alt und gehe aufs Schickert-Gymnasium in Herrnberg. Und ich bin Manuel Enes, ich bin 14 Jahre alt und gehe aufs Otto-Hein-Gymnasium in Nagold. Der Klimawandel ist zwar durch Corona ein klein wenig in den Hintergrund geraten, ist aber weiterhin ein großes Problem. Die Energiewende ist unbedingt nötig, um das Klima zu schützen, wobei die Solarenergie eine wichtige Rolle spielt. Allerdings braucht man dafür normalerweise riesige Flächen. Wir haben in der Natur eine Lösung für dieses Problem gefunden, denn die Blätter von Pflanzen haben eine ähnliche Funktion wie Solarzellen und schatten sich gegenseitig fast nicht ab. Mit Simulationen haben wir dann herausgefunden, dass dreieckige Solarzellen, die mit der Spitze zu einer Steigung um 135 Grad zueinander verträgt, höhenversetzt angeordnet werden, am besten geeignet sind. Unser Solarbaum hat gegenüber anderen Konzepten mehrere entscheidende Vorteile. Zum einen wird extrem viel Fläche gespart. Das ist sowohl wirtschaftlich als auch umweltfreundlich. Außerdem kann um die Bäume herum unbeeinträchtigt Landwirtschaft betrieben werden.